Ah, der gefällt mir noch nicht. Der gefällt mir noch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Jawohl, die Entfernung langt. Das ist gut. Gott, der passt. Was machst denn du? Ich darf den Zug oben lassen. Ich darf den Zug oben lassen. Hilfe! 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 Ups! Danke! Danke! Das war eine blaue Nase. Danke! Danke! Huruh! Danke! Dann brauchen wir den Großen. 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 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe jetzt das Holz-Setup gewählt. Jetzt kommt der Kirobe jetzt zum Einsatz. In der BGA ist ja so Feld 27 muss ich eh ein bisschen bearbeiten. Sonst läuft der Pflug nicht so wie er es mir vorstellt. Der Kiro wird ziehen und gut. Der kommt an den fahrbaren Häcksler. Da kommt es nicht auf Geschwindigkeit drauf. Der Kirobe jetzt habe ich noch nicht gekauft, weil ich keinen Platz gehabt habe. Ich sage euch, ich habe den Kirobe jetzt auch noch nicht gekauft. Aber du weißt, der Kackbraun und schwarze Felgen. Und dann brauchen wir noch einen kleineren Traktor, also einen zugkräftigen Traktor. Und dann für das Güllefass bei der Holmerzeugt mit überall durch auf dem Feld. Und dann für das Güllefass bei der Holmerzeugt mit überall durch die Hände. Und dann für das Güllefass bei der Holmerzeugt mit überall durch. Und dann für das Güllefass bei der Holmerzeugt mit einem Schwanen. Standort lang. 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 ... Brauchst du nicht machen. Fahr doch den kleiner, ich hol ihn dann schon. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.